So, genug ausgeruht. Es geht munter weiter. Okay, da waren wir noch nicht. Vielleicht hier irgendwas? Ja, ich suche jetzt was Bestimmtes. Michael, waren wir da denn schon drin? Ich glaube nicht. Okay, jetzt wissen wir auch, warum wir da nicht drin waren. Kann man so vielleicht rein? Mist. Festverriegelt, natürlich. Aha, da guckt doch was hervor. Jemand hat dafür gesorgt, dass die Schneeschuhe irreparabel beschädigt und somit jetzt nutzlos sind. Fest. Ach, zu früh gefreut. Aber jetzt haben wir schon mal ein Grundgerüst. Die kann ich bestimmt wieder zusammensetzen. Ach, garantiert. Okay, das sieht schon mal richtig rum aus. Das passt nicht so gut. Das kommt woanders hin. Okay, das kommt effektiv schon mal hier hin. Oder vielleicht oben hin. Na, wir werden es ja sehen. Okay. Das kommt woanders hin. Ja, das kommt schon mal gut an. Ah, das sieht doch schon mal gut aus. Ah, haha. Okay, ich packe das jetzt mal erstmal weg. Ja, das sieht doch schon mal viel versprechend aus. Okay, ich packe das jetzt mal weg. 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 Uniform in der Belgrader Bahnhofstoilette Hauptschlüssel in der Tasche Viele Abteile im Kurswagen Athen Paris werden leer sein Besteck dich bis Bord in... Bord in einem davon Es wird Zeit, dass diese dreckige Ratte das bekommt, was sie verdient Sehr verdient, wa? Na, klingt ja sehr nett Hm Vielleicht so Ne Kurswagen Kalle Ja, das sieht schon sehr gut aus Perfektor Haa Perfekt Perfekt Schauen, vielleicht bei Kläuschen Wenn er ein Klo hätte Der arme Kerl Hm, 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 hm Hm, hm, hm Ich weiß noch mal, irgendein der Badezimmer war noch was Was war's Was war's Das war dreif jetsam seltsam hier Da war's schon mal nicht Vielleicht bei Konstantin. Nee. Gerübte Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ich bin der Nadel im Heuhaufen. Ich bin der Nadel im Heuhaufen. Ich bin der Nadel im Heuhaufen. Hm. Vielleicht hier? Nee, sieht nicht so aus. Ja, hier haben wir noch nie nachgeguckt. Frische Blumen im Winter. Ja, das ist eine Seltenheit. Aber hier ist auch nicht das, was ich zu tun habe. Meine Ohr. Senorita, wenn wir keine Möglichkeit finden, das gebrochene Rohr zu ersetzen... Verdammter Mist. Ja, das hört sich wirklich scheißig an. Ein Morse-Codebuch? Okay. Hier. Diese Türen sind alle verriegelt. Können wir da echt rein? Sportlich, sportlich. Und ich denke mal, der Tote wird sich nicht beschweren. Oh, oh, oh. Da war was. Da liegt doch irgendwas. Ein Knopf. Scheint von einem die Form eines Schaffendes zu stammen. Aha. Hallo. Ich bin es leider wieder. Mhm. Ja. Sie haben einen. Hier haben Sie meinen. Behalten Sie ihn, solange Sie wollen. Wo ist der Schlüssel zum Sicherheitsabteil im Gepäckwagen? Mademoiselle, leider wird der Schlüssel bei den Stationsvorsteher aufbewahrt. Guten Tag, Monsieur. Gute zu wissen. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg finden. Ich gebe noch nicht auf. Ich weiß, irgendwo in den Badzimmern war noch irgendwas. Ach, da haben wir schon. Äh, okay. Also, das ist fest verriegelt, aber wir können da einfach hin. Ja, zu wissen. Wir sehen nichts von Interesse. Na dann. Hallo. Kommt schon, Kinder. Wie soll man sich denn hier rumschnüffeln, wenn ihr alles abschließt? Da ist nichts weiter zu sehen. Ich habe es bereits gründlich... Na gut. Ah, da fehlt ja noch Porro. Hallo, Monsieur. Mademoiselle, unsere Ermittlungen sind natürlich von äußerster Wichtigkeit. Aber unter diesen Bedingungen können wir nicht weiter ermitteln. Wir sind doch keine Eisbären. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, wird Porro Ihnen seine Hilfe anbieten. Aber denken Sie an die Herausforderung, die Sie angenommen haben. Jedes Mal, wenn Sie meine Hilfe annehmen, komme ich dem Sieg einen Punkt näher. Oh Mann. Jut, zum Woll der Herausforderung werde ich Ihnen nichts erzählen. Hm. Da verwechsel ich das jetzt mit dem anderen Spiel. Das könnte jetzt auch sein. Toll. Ich kann diese Handtücher nicht mitnehmen. Okay, okay. Ah. Okay. Vielen Dank.